Ich liebte sie schon als Kind, die Seifenblasen, und ich liebe sie noch heute. Sie entziehen sich der Berührung, lassen sich nicht fangen, nicht greifen, nicht halten, nicht mehr. Szenen aus unserem gemeinsamen Leben schweben durch meinen Geist, schillernd, in tausend Farben, fröhlich vor meinen Augen tanzend. In ihrem flüchtigen Glanz zeigen sie mir mein eigenes, vergangenes Spiegelbild. Barbaras Geschichte fängt vor mehr als zehn Jahren in St. Margareten an, einem kleinen Ort in der österreichischen Steiermark. Hier lebt sie mit ihrem Mann Heli und den Kindern Timo und Fini. Ja, mein Gott, war das ein junges Leben, ein kindliches Leben. Ja, dem hänge ich sehr nach. Also Heli war jetzt nicht der Mann, mit dem ich furchtbar viel philosophiert und geredet habe. Spontanität, Unbeschwertheit, Abenteuerlust, auch die Bereitschaft, sich in den Abenteuer hineinzustürzen, nicht vorher lang überlegen, wohin wird uns das führen. Timo, er hat von Anfang an die ganz großen Fragen gestellt. Ja, Mama, warum gibt es Menschen? Warum leben wir? Hat ihn schon mit zwei, drei Jahren interessiert. Und meine Tochter, die war so ein Knäuel an Strahlkraft. Die war für mich ein Stück Sonne, das einfach auf die Erde gefallen ist. Und sie hat einen innerlich ganz weich werden lassen, alles zum Schmelzen gebracht. Das war die Fini. Mama! Mein Sohn hat das so gesagt, wir sind eine Clown-Familie. Und er hat recht, weil beide Eltern haben als Clown gearbeitet und wir haben sehr, sehr viel geblödelt und Unsinn gemacht. Barbara arbeitet sieben Jahre lang als rote Nasen Clown-Doktor. Bringt in Krankenhäusern Demenzpatienten und schwerstkranke Kinder zum Lachen. In ihrem Leben spielt auch Sabine eine wichtige Rolle. Barbara und sie kennen sich durch den Kindergarten. Die Familien verbringen viel Zeit miteinander. Wir waren wirklich eine Großfamilie, gerade mit Sabine. Und die Sabine hat gesagt, Heli ist für sie wie ein Bruder. Und Heli hat das genauso empfunden mit Sabine. Und das war einfach so, es war für mich auch so schön zu sehen, wie mein Mann sich entspannt, nicht nur zu Hause, sondern auch bei Sabine in der Küche. Und wie er sich hingeflackt hat. Hast du was zum Essen? Ja, ich glaube, wir waren keine Familie, die jetzt nur Glück hatte im Leben. Aber ich glaube, wir haben es einfach gesucht und wir haben es uns immer versucht, möglichst schön zu machen. Bis zuletzt. Am Gründonnerstag 2008 ändert sich ihr Leben für immer. Also der Tag ist so präsent. Das ist unglaublich. Ich habe danach, die Monate danach sind gelöscht. Ich glaube, sogar das Jahr danach ist gelöscht. Aber der Tag selbst ist so unglaublich präsent. Kurz vor 10 Uhr hören Anrainer einen lauten Knall. Es ist ein Bild des Grauens, das sich den Einsatzkräften bietet, als sie an der Unglücksstelle in Tackern 2 ankommen. Das Auto des Familienvaters ist beim Zusammenprall mit dem Zug komplett zerfetzt worden. Der Regionalzug von Wiener Neustadt nach Graz hat den Wagen des 38-Jährigen mit 120 Kilometern pro Stunde erfasst und über die Böschung geschleudert. Der 38-Jährige war vermutlich sofort tot. Seine beiden Kinder, ein sechs Jahre alter Bub und ein dreijähriges Mädchen, werden beim Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und müssen vom Notarzt reanimiert werden. Die Barbara angerufen, Barbara, bitte frag nicht, es ist ganz wichtig, komm ganz schnell zu mir. Die Anna und ich, wir sind da und wir müssen dir was sagen. Und ich weiß noch, ich bin ausgestiegen und sie haben mich erst einmal nur stumm umarmt. Und dann, das Seltsame war, ich habe genau die richtigen Fragen gestellt. Also ich habe es irgendwie schon gewusst, sie haben mich umarmt, sie haben geweint. Und ich habe gesagt, ist der Heli tot? Also ich habe nicht gefragt, was ist passiert oder so, sondern ich habe gesagt, ist der Heli tot? Und du oder die Anna, ich weiß nicht. Das weiß ich leider nicht mehr so genau. Sie haben gesagt, ja. Und es war wie eine Bestätigung einfach. Und dann habe ich gesagt, ist der Timo tot? Und dann haben sie gesagt, ja, weil das war da, also die haben ihn dann am Weg ins Krankenhaus noch wiederbelebt und so. Aber in dem Moment, wo ihr das gesehen habt, war es so. Die erste Information war zumindest, dass er gehirntot ist. Und dann habe ich gefragt, und was ist mit der Fini? Und dann hat sie gesagt, das weiß man noch nicht. Auch Barbaras Eltern erinnern sich noch ganz genau an diesen Tag. Ich bin im Büro gewesen und es ruft mich ein Kind an, wirklich. Und ich habe die Stimme der Papse nicht erkannt. Mama, es ist was Schreckliches passiert. Der Heli und der Timo sind tot. Barbara lässt sich sofort ins Krankenhaus fahren. Ihr Vater ist während der folgenden fünf Tage immer an ihrer Seite. Die Schicksale dieser beiden Kinder waren von Anfang an so unterschiedlich. Denn bei meinem Sohn war klar, der wird nie wieder aufwachen. Ich bin auch so froh, dass die Ärzte da ehrlich waren zu mir. Und bei meiner Tochter auf der anderen Seite, die ja viel kleiner war noch, da haben die Ärzte auch gesagt, wissen Sie, in dem Alter gibt es Wunder. Und wir dürfen hoffen und wir dürfen beten. Und wir werden auch darum kämpfen, dass sie wieder aufwacht und auch wieder gesund wird. Und so bin ich zwischen diesen beiden Betten wie zwischen beiden Prinzipien hin und her gewechselt. Loslassen und hoffen und loslassen und hoffen. Und dennoch stirbt die kleine Fini nach drei Tagen als Erste. Während ihr Bruder an den Beatmungsgeräten hängt und künstlich am Leben gehalten wird. Na ja, sie ist verzweifelt gewesen natürlich. Sie ist dann im Wald spazieren gegangen, wie die Phoenix-Stormes war sie gerade im Wald. Und hat dort mitgekriegt, dass ihr Englern jetzt aus der anderen Welt auf sie einredet. Einen Tag später lässt Barbara dann auch Timo los. Ja, und wir haben gemeinsam improvisiert, gesummt, gesungen. Bis zu dem Moment, wo wir meinem Sohn die Maschinen abgedreht haben. Also diese Beatmungsmaschine. Und ich habe ihm sein Mutmachlied, das ich im Frühjahr immer gesungen habe, wenn er alleine in sein Zimmer gehen sollte oder aufs Klo oder so. Da hatten wir ein Mutmachlied, dass er mich hört. Und das habe ich dann einfach spontan umgedichtet. Und habe gedichtet, ja, ich habe keine Angst. Und wenn ich in den Himmel gehe, ich habe keine Angst. Ich bezeichne diese Tage im Krankenhaus für mich auch als ein Nahtoderlebnis. Ich habe diese unendliche Liebe gespürt, von der oft gesprochen wird. Ich habe dieses Licht gesehen, diesen Tunnel mit dem Licht, als meine Tochter gestorben ist. Also das war da, dieses Licht, das war ganz klar. Ich habe auch irgendwie diese Horizonterweiterung zu begreifen, dass dieses Leben wirklich nicht alles ist. Kaum aus dem Krankenhaus zurück, macht sie etwas, das ihr weiteres Leben bestimmen wird. Sie beginnt zu schreiben. Die Menschen da draußen stellen sich jetzt vor, dass ich in einem schwarzen, dunklen Loch sitze. Und ich wollte nicht in dieses schwarze Loch gedrängt werden. Oder ich wollte vor allem nicht durch das Mitleid der Menschen das verlieren, was ich da im Krankenhaus gespürt habe und verinnerlicht habe. Und so war das Schreiben für mich vor allem, das Schreiben einer E-Mail an alle Menschen, die ich kannte. Ich glaube, es war so dieser Wille zu gestalten, wie es jetzt weitergeht. Ich wollte es nicht mich ausliefern, den Projektionen der anderen, sondern ich wollte es mitgestalten. Ich habe sie bewundert, sie hat sofort zu mir gesagt, Mama, du brauchst keine Angst haben, ich bringe mich nicht um. Ich brauche auch keine Unterstützung, nämlich von irgendwelchen Professionisten, die sie sofort angeboten haben. Das war die erste Reaktion. Was nachher passiert ist, ist etwas anderes. Aber die erste war, Mama, mach dir keine Sorgen, ich bin noch so jung. Also das war dann schon sehr beruhigend. Weil, ich hätte mich wahrscheinlich, ich weiß nicht. Der Klauen ist eine Lebenseinstellung. Dass ich alles, was ich gerade habe, in vollen Zügen genieße, aber dem Leben nicht böse bin und dem Schicksal nicht und niemandem. Wenn etwas nicht aufgeht oder nicht gelingt oder gar etwas, wenn ich etwas wieder hergeben muss. Das hat mir der Klauen beigebracht. In ihrer Erinnerungskiste bewahrt Barbara Dinge aus ihrem alten Leben auf. Auch das Tagebuch findet sich hier, mit dem sie zwei Tage nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus angefangen hat. Sie schreibt Briefe an ihre tote Familie. Ich sehe dich, Fini, ganz nackert im warmen Sonnenschein, im Babybecken planschend. Und Timo ist daneben mit einem glitschigen Luftballon in der Hand. Und du schmeißt ihn auf den Papa. Keine Angst, Heli, das Wasser ist ganz warm. Ich glaube, ich habe mich auch zurück ins Leben geschrieben. Oder im Leben verankert. Und es war mir ganz wichtig, mir auch herbeizuschreiben, dass das Leben und meine Familie da drüben kein Widerspruch ist. Also, dass die nicht weit weg sind vom Leben, sondern dass sie da sind, mitten im Leben. Und dass ich keinen Verrat an ihnen betreibe, wenn ich lebe, sondern dass sie das mitleben mit mir auf ihre Weise. Mein Mann ist mir in dieser Zeit sehr oft im Traum erschienen. Da ist er mit seinem Gesicht ganz nah an meins rangekommen, hat mir so direkt gegrinst, hat mich direkt angeschaut und nur gesagt zwei Worte, sei mutig. Schon sehr bald wächst bei ihr der Wunsch nach einem neuen Kind. Aus meinem Tagebuch. 17.06.2008. Frau plus X ist gleich Baby. Ich brauche einen Mann. Aber Beziehung, Partnerschaft, oh Gott. Man muss alles neu definieren. Und deshalb muss man so Lebensoptionen aussprechen, auch vor Freunden. Man muss sie auch eben mit diesem gewissen Augenzwinkern ernst genommen wissen. Und dann kann man erst spüren, ist das richtig oder nicht. Und man muss sagen, ich fahre jetzt nach Holland auf eine Samenbank und hole mir einen Samen ohne Vater. Und dann brauche ich Freunde, die das mit mir googeln. Und dann kann ich am Abend im Bett liegen und sagen, ich will aber gar nicht nach Holland. Blöde Ideen. Ich will gar keinen Samen, Vater. Nein, was soll ich meinem Kind denn dann mal erzählen, wer der Vater ist? Aber ihr Wunsch bleibt. Nur fehlt der richtige Partner. Sabine hat eine Idee. Ich habe den Ulrich einige Zeit kennengelernt vor diesem Unfall. Und er war mir sehr sympathisch. Und irgendwie ist der Ulrich ein Mensch, der sehr feinfühlig, sehr sensibel, sehr künstlerisch ist. Und ich habe mir irgendwie immer gedacht, ach, das wäre nett, den Ulrich mit der Barbara bekannt zu machen. Und das war gut, weil dadurch hat das Schicksal so aus meinen eigenen Gedankenkreisen einfach so eine Wendung genommen und hat mich auf eine völlig neue Autobahn geführt. Vier Monate nach dem Tod ihrer Familie ist Barbara zum ersten Mal wieder glücklich. Ich habe ein leuchtendes Wesen gesehen, leuchtende Augen. Dieser Mensch hat zutiefst Trauer erfahren, hat getrunken von dem Schmerz und ist aber imstande, das Licht weiterhin zu sehen. Und dieses Leuchten ist mir aufgefallen. Das ist mir wirklich, das habe ich inhaliert. Ulrich ist ein bekannter Schauspieler und wohnt in Wien. Barbara lässt ihr altes Leben auf dem Land zurück und folgt ihm in die Stadt. Hewi war Clown, Ulrich ist Schauspieler. Das sind zwar ähnliche Welten, weil sie beide auf der Bühne sind, aber zwei Pole, also zwei völlig unterschiedlich. Denn der Clown arbeitet nicht sehr mit Sprache, sondern vor allem mit seinem Körper. Und der Schauspieler arbeitet viel über das Wort. Der Clown geht direkt auf die Menschen zu. Der Clown spielt mit dem Publikum. Der Schauspieler muss für das Publikum eine Welt erschaffen. Mehr in seiner eigenen Welt sein. Und das passt irgendwie auch zu meinen beiden Männern. Heli war mehr so ein ganz sozialer Mensch eigentlich. Und Ulrich und ich sind mehr zurückgezogen und leben viel in diesen selbstgebauten Welten. Ja, und also diese langen, langen Gespräche, die ich mit Ulrich habe, das hatte ich mit Heli nicht. Und das habe ich, wie ich Ulrich kennengelernt habe, meinen Freundinnen erzählt, dass ich das so genieße jetzt zu reden, zu reden. Und da waren sie dann teilweise ganz erzürrend, als hätte ich jetzt was Schlechtes über Heli gesagt. Also so, als dürfte man nicht sagen, dass irgendetwas man vermisst hätte an Gestorbenen. Aber ich habe es gesagt und ich habe mich gefreut. Barbaras Schicksal bewegt seit dem Unfalltag die Herzen der Österreicher. Dass sie nur vier Monate nach dem Tod ihrer Familie mit einem berühmten Schauspieler zusammen ist, damit haben einige aber auch Probleme. Ich habe auch schon sehr böse E-Mails bekommen, wo Menschen gesagt haben, ich werde jahrelang, also ich werde ewig in der Hölle schmoren, weil ich meinem Mann untreu geworden bin, vier Monate nach seinem Tod. Für mich ist es anders. Ich glaube, dass die da oben kräftig mitgewirkt haben und sich gesagt haben, was braucht die jetzt als erstes wieder? Die braucht eine Bezugsperson, die braucht jemanden, der auch sie wirklich trägt. Meine Traue war ja nicht zu Ende mit diesem Verliebtsein, sondern ich glaube, sie hat erst wirklich begonnen. Da, wo ich wusste, da ist jetzt jemand, der das mit mir lückenlos durchgeht. Nicht so wie Freunde punktuell, sondern Tag und Nacht. Jetzt hätte ich fast gesagt meine Stärke, aber das stimmt ja gar nicht. Das, was ich kann, glaube ich, ist ganz gut still sein und zuhören. Tragen und aushalten, dass jemand in Tränen ausbricht und nicht mit meinen Ratschlägen, Hilfestellungen, sie ist mal so in der eigenen Panik, dass man sagt, es ist so schrecklich, ich muss sie ablenken, sondern und das durchziehen lassen wie ein Blizzard, wie ein Unwetter hier oben am Phoenixberg, wenn der Wind scheppert und das Gewitter ist und so. Sagen, es geht vorbei. Sagen, es geht vorbei. Also, das, das ist simpel. Es ist simpel, aber es ist anstrengend. Also wenn ein Mensch schreit aus Schmerz, ja, das ist anstrengend. Aber ich habe mir gedacht, boah, wenn ich jetzt nicht da wäre unter Umständen. Und ich bin jetzt da. Jetzt bin ich da. Ich war ja Lebensritter. In meinen Augen. Weil, wer weiß, was noch gekommen wäre. Nicht? Nein, nein, ich finde schon, er hat ja in gewisser Weise das Leben gerettet. Muss man schon sagen. Ich muss mal die Hunde. Doch war da nicht auch ein Kinderwunsch? Kein Kind, am besten. Nicht so schnell auf jeden Fall. Sie hatte den Kinderwunsch und ich habe gemerkt, welchen Schmerz es ausgelöst hat und welche Enttäuschung. Wo ich sehr klar war und gesagt habe, falls überhaupt, jetzt nicht. Ich war auch nicht allein, ich habe mir Menschen gesucht, die das bestätigt haben, war auch nicht leicht, weil ich gesagt habe, jetzt suchst du dir Rückhalt noch mit anderen, reicht es nicht. Und ich habe gesagt, das ist etwas, da verstehe ich zu viel darüber, dass wenn man einen Schmerz ersetzt durch ein neues Kind, es gibt kein neues Kind, es ist eine Seele gegangen, die wird auf diese Art so nicht wiederkommen. Und wenn die Trauer vorzeitig ersetzt wird durch ein neues Wesen, dann könnte das in die Hose gehen. Das ist etwas, was ins Auge gehen kann und da sollte viel Zeit vergehen. Und als wir es dann schon abgehakt haben, kam dann doch noch ein Kind. Acht Jahre nach dem Tod von Timo und Fini kommt Erika auf die Welt. Der Sonnenschein im Leben von Barbara und Ulrich. Jetzt sind sie eine Familie. Bevor Erika geboren wird, ist aber erstmal etwas anderes dran. Ulrich ermutigt Barbara, ihre Geschichte aufzuschreiben. 4 minus 3, so der Titel des Buches, wird später ein Bestseller und aus Barbara dem Clown, wird Barbara die Autorin. Sie ist plötzlich eine öffentliche Person und spürt, dass sie sich wohlfühlt, wenn sie auf einer Bühne steht und vor Menschen redet. Worauf es im Leben ankommt. Danke. Barbara hat sich neu erfunden. Für sie überlebenswichtig. Auch wenn dabei einiges von ihrem alten Leben auf der Strecke bleibt. Sogar die Freundschaft zu Sabine. Ich konnte einfach mit diesem Hilfe annehmen müssen, bedürftig sein, dauernd um etwas bitten, dauernd dieser Mensch im Mittelpunkt zu sein, der Arme. Ich war wütend auf diese Rolle und aufs Leben, dass es mir diese Rolle zugespielt hat. Und ich glaube, einen Teil von dieser Wut haben dann einfach meine Freundinnen abgekriegt. Lasst mich in Ruhe. In Wirklichkeit wollte ich sagen, Leben, lasst mich in Ruhe. Ich will mein altes Leben zurück. Ich will das nicht. Und ich habe gesagt, ich will euch jetzt nicht. Das hat sich nicht gut angefühlt. Das war für mich sehr verletzend, weil ich habe gedacht, ich habe schon eine besondere Rolle für sie. Und da hat sie mal so ein Mail ausgeschickt, dass sie Zeit braucht, dass sie Abstand braucht. Und irgendwie war das für mich sehr schwierig, damit umzugehen. Barbara konzentriert sich auf ihr neues Leben, ohne beste Freundin. Sie macht Fortbildungen zur Atemtherapeutin und Dialogprozessbegleiterin. Sie schreibt ein weiteres Buch über ihre Geschichte, hält Vorträge über Resilienz und Trauer. Die Gesundheitskrise werden sich zusammengefunden haben und aus ihrer Erfahrung... Herzlich willkommen, Barbara Bach-Leberhardt. Barbara, die Trauerexpertin. Für mich sind die Ängste, die ich wirklich durchlebt habe, die großen Ängste, die existenziellen Ängste, heute Quellen meines Lebensmutes. Ich habe dann eben gemerkt, einerseits, dass ich es kann, also nicht nur, ich mache es gut, sondern dass offenbar zwischen mir und diesen Menschen, die kommen, etwas entsteht, was sehr wertvoll ist. Für mich und für die anderen. Und worauf ich bis heute furchtbar aufpassen muss, ist, dass ich trotzdem noch immer ganz nah an meinen aktuellen Gefühlen bleibe. Dass ich nicht diese Fassade, diese fertige Figur der Bühnentrauernden mit mir selbst verwechsle und immer wieder berührbar bleibe. Und ich versuche es auch bei Lesungen. Ich versuche immer wieder auch, Stellen in meinem Buch vorzulesen, die ich schon lang nicht gelesen habe. Und ich bin fast immer glücklich, wenn es mir auf der Bühne wieder mal passiert, dass echte Tränen kommen. Dann weiß ich, ah, jetzt bin ich wieder an etwas dran, was nicht schon fertig gefühlt ist, sondern was wieder gefühlt sein darf. Und zu Hause? Da spielt seit anderthalb Jahren ihre kleine Tochter die Hauptrolle. Ich sehe in Erika das dritte Geschwister, also das Geschwister nach Timo und Fini. Ich sehe in ihr nicht eine Reinkarnation. Sie ist ganz eigen und trotzdem natürlich hat sie Ähnlichkeiten mit Fini. Also auch auf Fotos sieht man das. Und sie hat starke Ähnlichkeiten mit Timo, also was diese Mutterbindung angeht und dieses Lausi-Sein. Also die Kinder sind gerade genug in ihr da, dass mein Herz aufgeht und so was viel anklingt. Und sie ist genug eigenständig, dass ich sie ganz alleine sehen kann als Wesen. Zwei Mal die Woche nehmen Barbaras Eltern für ein paar Stunden die Kleine. Eine große Erleichterung. Und doch fällt ihr die Trennung von Erika jedes Mal aufs Neue schwer. Ja, natürlich bin ich eine Glucke, weil wer zwei Kinder verloren hat, der hält auch fest. Also ich glaube, da braucht man nicht wegschauen. Natürlich genieße ich jeden Schmuse-Moment und nehme den Preis dafür, also die schlaflosen Nächte. Und das sehr gebunden sein, gern in Kauf. Ja, jetzt geht's an die Arbeit sofort. Boom, mein Puls ist mit Erika auf 60. Und wenn ich dann arbeite, dann ist er auf 90. Weil dann heißt es jetzt Tempo, Tempo. So viel schaffen wie möglich. Ich gebe vor allem Schreibseminare, biografische Schreibseminare, literarische Schreibseminare, in denen Menschen an der Qualität ihrer Texte arbeiten. Ja, und mein zweiter Standbein sind Vorträge. Ich halte Vorträge über, nicht mehr über Trauer, nicht mehr über Trauerbewältigung, aber viel über Resilienz, über Glück. Heute macht sie sich auf den Weg zu ihrer Freundin Sabine. Nach dem Bruch haben die beiden in den letzten Jahren wieder zueinander gefunden. Beim Stöbern in alten Fotos entdeckt Barbara ein Bild, das sie vorher noch nie gesehen hat. Da ist der Heli. Eine sehr junge und gleichzeitig eine sehr große Liebe und bumm, auf einmal ist sie aus. Und deshalb ist sie ja nicht aus. Also nur weil das gemeinsame Leben aus ist, ist die Liebe ja nicht aus. Ja, egal, ich mach's gleich so. Das hat der Heli jetzt auch gemacht in der Situation. Einfach so. Und? Naja, das ist spannend. Also dieses, man kennt so diese Bilder, die man immer wieder sieht und da hat man schon diesen Schutzfilm, den innerlichen, es berührt einen nicht mehr so. Also es erwischt einen nicht. Und dann taucht ein Foto auf, das man noch nicht kennt und auf einmal. Ja. Es ist wieder ganz frisch. Gibt es auch so etwas wie Eifersucht auf den Verstorbenen? Eifersucht wäre da eigentlich viel am Platz, sondern sie sind in einem Reich, zu Hause, wo es kein Hin und Her gibt. Eine Patchwork-Familie inzwischen hier und jenseits. Sie ist immer anwesend, aber sie ist auf eine, nicht mehr so, sie ist am Tagesgeschehen nicht mehr so intensiv interessiert. Also ich stelle mir jetzt nicht dauernd vor, dass sie da neben mir sitzen, ich glaube, die haben auch mittlerweile anderes zu tun. So stelle ich mir das zumindest vor, was auch immer, Wichtiges bestimmt. Aber sie sind, sie spielen eine Rolle und sie lassen sich schon, also manchmal rufe ich sie her und dann, glaube ich, dann sind sie ansprechbar und kommen. Die Last time that you touched me Oh, will wonders ever cease Blessed be the mystery of love Vater fljed Dass ich mich alleine You Und R lib Untertitelung des ZDF, 2020